Hey Freunde, ich freue mich heute besonders euch ein Spiel vorzustellen, welches meinen Videospielgeschmack vermutlich extremst geprägt hat. Denn heute geht es mal wieder um einen richtig alten Schinken und ja, gehen wir rein da. Ja, Driver 2 sehen wir hier, aber es geht nicht nur um Driver 2, sondern auch um 1 und 3 und so weiter. Denn, ja, Driver 2 habe ich wohl am allermeisten gespielt, aber das war natürlich nicht der Anfang. Driver ist ein uraltes Playstation 1 Spiel, in dem man Auto fährt. Ja, Driver lässt schon mal erahnen. Aber es hat auch eine Story, die ihr so ein bisschen im Background seht, die war da irgendwie animiert. Man war quasi so ein bisschen, das war einfach so eine typisch amerikanische Gangster-Story. Irgendwie irgendein Typ hatte Informationen, hat irgendwie einen Deal mit den falschen Gangstern gemacht. Und die Gangster wollten sich den dann krallen und da war so ein ganz großes Hin und Her und an sich ganz cool. Aber das Hauptding war eigentlich das Fahren und ja, das war auch zumindest jetzt die Story von Driver 2. Aber in Driver 1 war es ungefähr dasselbe. Und Driver war einfach so ein Open-World-Rennspiel, jetzt nicht direkt ein Rennspiel. Also, du hattest halt Missionen, du warst der Fahrer und musstest da hin und her fahren. Und das hat damals schon irgendwie mega Laune gemacht, weil du halt, du hattest hier mehrere Maps. In Driver 1 war es Miami und New York und ich weiß gar nicht mehr, was da alle war. Oder in Driver 2 hattest du Chicago, Havanna, Las Vegas und Rio. Und da konntest du halt frei rumfahren. Dann gab es da Polizei, die dich verfolgt hat. Und das Fahren an sich war unwahrscheinlich gut. Die Physik damals war richtig gut. Die Autos haben sich echt cool gefahren. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, ganz normal loszufahren. Oder mit einer anderen Taste hast du direkt mit durchdrehenden Reifen gestartet. War eine ganz wilde Sache. Und in Driver 2 konntest du halt dann auch aussteigen in der Spritztour quasi. Andere Autos auch klauen. Das war halt immer, wenn du verfolgt wurdest, du hattest halt eine Verbrechensanzeige. Und wenn die voll war, waren die Polizei eben besonders aggressiv. Und dann konntest du halt, wenn du die losgeworden bist, aussteigen, dir ein anderes Auto nehmen und hattest keine Verwandlung mehr. Das war einfach schon eine ziemlich geile Sache. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch an das Parkhaus in Driver 1. Also das war irgendwie so der Oldschool-Noob-Filter. Weil du musstest da bestimmte Aufgaben in einer kurzen Zeit erledigen. Und das haben viele gar nicht geschafft. Weil das war gar nicht so einfach, wenn man nicht wusste, was man da genau machen soll. Und dann, ja, dementsprechend haben manche gar nicht erst geschafft, die Story zu spielen. Also da gibt es ganz wilde Storys. Und ja, in Driver 1 konnte es halt noch nicht aussteigen. Aber die Driver-Serie an sich war schon genial. Und eigentlich auch fast der größte Konkurrent zu GTA zu der Zeit. Natürlich, man weiß, GTA ist mittlerweile das größte Ding überhaupt sowohl. Und Driver ist leider abgestürzt. Weil irgendwann kam dann Driver 3. Und ja, da ging es auch ein bisschen weiter auf die GTA-Schiene. Aber ja, die Fahrphysik war auch noch irgendwo okay. Aber an sich die Waffen, man konnte da halt auch dann schießen. Man hatte Feuergefechte. Aber das war alles irgendwie so ein bisschen stumpf. Auch die Musikauswahl war dann nicht mehr so genial in Driver 3. Und das wirkte schon irgendwie ziemlich klotzig irgendwie. Und Driver 3 war dann auch irgendwo der Teil, der das Ganze so ein bisschen Richtung Abgrund geschickt hat. Da gab es noch ganz viele kleinere Driver-Releases. Dann gab es auch noch Driver Parallel Lines. Das habe ich auch persönlich gar nicht so viel gespielt. Da hast du quasi auch wieder so eine ähnliche Story. Aber da geht es durch verschiedene Dekaden. Also quasi mehrere Jahrzehnte durchlebst du da. Da verändert sich dann die Stadt und die Fahrzeugmodelle. Das war auch ganz lustig. Und der andere Teil, den eigentlich viele auch noch kennen, ist Driver San Francisco. Den habe ich leider nie gespielt. Da hat er auch offiziell lizenzierte Autos. Da konntest du so ganz komisch abgespaced auch zwischen den Autos hin und her wechseln. Also versteht mich nicht falsch. Das war an sich ein cooles Game. Aber man hätte wesentlich mehr daraus machen können. Vor allem, wo man das Vorbild GTA noch hat. Aber die haben da halt so was Eigenes noch ein bisschen gemacht. Das war jetzt nicht total schlecht, aber hat auch keinen Nachfolger mehr bekommen. Da war einfach Feierabend danach. Was ich persönlich sehr schade finde. Weil, wie gesagt, Driver 1 und 2 waren damals einfach maßgebend. Und die haben schon wirklich eins der besten Open-World-Auto-Spiele, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, Rennen bisher da nicht wirklich gefahren, gehabt. Und ich habe da sehr viel Zeit damals verbracht als kleiner Butchi. Es war sehr stumpf. Eigentlich nicht zu vergleichen mit heutigen Games. Du konntest halt wirklich nur rumfahren. Und das war's. Und halt, ja, aussteigen. Andere Autos klauen. Und das war, also, irgendwie hat es gereicht, ne. Die verschiedenen Maps erkunden. Da gab es auch immer so versteckte Autos. Und, äh, es kam halt wirklich mit sehr wenig eigentlich aus. Aber das, was es gemacht hat, hat es gut gemacht. Und da gab es halt, wie gesagt, auch die Polizei. Und, äh, ja, sorry, wenn ihr glaubt, ihr hattet mal in Need for Speed irgendwo eine heftige Verfolgungsjagd. Also, die Cops hier in diesem Spiel waren einfach nur wild. Da gab es zum Beispiel den Survival-Modus, wo die Cops besonders schnell und aggressiv sind. Und auch gleich mehrere dich jagen. Und die KI hat es halt auch gut hingekriegt, dich zu jagen. Es war aber auch einfach, die teilweise auszuschalten, weil die immer direkt hinter dir gefahren sind mit einem leichten Versatz. Wenn du also an der Laterne knapp vorbeigefahren bist, sind die da reingekracht. Aber die haben dich halt auch komplett aus dem Leben genommen. Normalerweise. Wenn du das Spiel durch hattest, hattest du einen Cheat um Besiegbarkeit. Dann konntest du da natürlich auch deinen Spaß haben. Aber wenn du auf dem Dach gelandet bist, war trotzdem Game Over. Aber da sind Sachen passiert. Die Physik war schon sehr wild damals. Also, die haben dich echt komplett durch die Stadt gefegt, gekickt. Und ja, hat einfach mega Spaß gemacht. So in der Richtung gibt es heute eigentlich nichts mehr. So ein Most Wanted war natürlich, ja, das kommt da ganz gut ran an die Verfolgungsjagen. War wahrscheinlich sogar auch besser. Aber ist halt auch schon wieder eine ganz andere Ära dann gewesen. Aber für ein PlayStation 1 Game war das damals schon extrem heftig. Und ja, wie gesagt, leider mit Playdriver 3. Also ich habe es auch noch gerne gespielt. Ich fand die Musik zumindest im freien Modus immer irgendwie, also der war ganz eigenartig. Der Soundtrack fand ich ultra langweilig teilweise. Hat das Spiel auch ein bisschen langweilig gemacht. Aber auch die Atmosphäre war halt nicht so gut. Die haben da auch Tommy Vercetti ein bisschen genutzt. Den Antagonisten da von Grand Theft Auto Vice City. Den haben sie da einfach mit Schwimmflügeln hingestellt, weil er nicht schwimmen konnte in GTA. Und ja, die haben sie auch so ein bisschen Krieg gehabt untereinander, GTA und Driver. Aber am Ende hat es halt GTA das Rennen gemacht, weil die Spiele halt wesentlich heftiger sind. Und ja, ist schade. Wäre natürlich cool, wenn GTA Konkurrenz hätte. Wenn die Konkurrenz mit Driver geblieben wäre. Weil heute nimmt sich Rockstar natürlich einiges raus in Sachen GTA, weil sie halt absolut keine Konkurrenz haben. Es gibt nichts, was irgendwie an GTA rankommt in dem Spielbereich. Und ja, da hätte Driver vielleicht ganz gut getan als Konkurrent. Dass die sich da auch mal ein bisschen mehr Mühe geben wieder bei Rockstar. Ich meine, wenn ich falsch verstehe, die Games sind trotzdem tip top. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, Driver 2 zum Beispiel hatte sogar den Multiplayer damals. Da gab es dann aber auch nur so einen ganz kleinen Bereich einer Map, wo du dann mit dem Splitscreen rumfahren konntest. Das ist direkt die Polizeiverfolgungsjagd oder so. Gab es da jetzt auch nicht. Also es war schon sehr geringfügig, der Multiplayer. Also die Playstation 1 war halt auch schwach. Und das Spiel an sich war schon relativ groß mit den verschiedenen Maps und der Fahrphysik und so weiter. Also wundert mich nicht. Wäre natürlich mega geil gewesen. Wäre auch cool, wenn es dann eine Mod geben würde. Da kommen wir jetzt nämlich auch gleich nochmal zu. Ja, so eine Mod, wo du dann einfach Multiplayer spielen kannst. Und das ganze Game, das wäre schon heftig geil. Aber ja, es gibt zum Beispiel Leute, die Driver noch nicht vergessen haben. Da gibt es das Projekt Redriver zum Beispiel. Da kannst du dann Driver quasi auf deinem PC spielen mit viel besserer Auflösung und so weiter. Es gibt auch Driver Syndicate. Das hatte ich schon mal gespielt auf dem Kanal hier. Das ist mehr oder weniger ein Fan-Remake. Ist auch ganz lustig gemacht. Aber auf jeden Fall sind da Leute noch aktiv an dem Spiel am Rumbasteln. Und ich bin mal gespannt, ob sie es eines Tages schaffen, dass da wirklich richtig krasse Mods auch für die alten Driver-Teile kommen. Aber das Problem ist halt, das ist halt ein sehr in Vergessenheit geratenes Spiel. Und dementsprechend gibt es da fast keine Mod-Community. Ansonsten würde das alles ganz anders aussehen wahrscheinlich. Ein Remaster wäre natürlich auch genial von diesen alten Games. Aber wie das mit dem Remaster ist, ist ja immer so eine Sache. Teilweise werden Games Remastered, da fragst du dich warum. Und diese Klassiker, da traut sich halt auch keiner ran, weil natürlich das Risiko groß ist, dass das keinen Erfolg hat. Aber ja, ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, weil ich habe damals wirklich sehr viel Driver gespielt. Ich habe da quasi gelernt zu fahren so richtig. Weil erst danach habe ich mir dann auch Spiele wie Gran Turismo angeguckt. Und dann kam ja auch schon irgendwann Forza. Also durch Driver hat sich das irgendwie dann bei mir verfestigt, dass ich irgendwie so Rennspiele und so. Ich meine, Autos mochte ich schon immer. Deswegen war Driver halt auch ganz cool. Und ja, auf jeden Fall hat das einen großen Einfluss gehabt. Ich habe sehr viel Zeit darin verbracht. Hat einfach Spaß gemacht mit dem bisschen, was es geboten hat. Und das schaffen Spiele nicht oft, wenn sie wirklich eigentlich nur ganz stumpf sind. Und es war einfach genial. Ich habe so viel Zeit mit den Polizeijagden und so verbracht. Also es war einfach nur wild. Und ja, mich würde mal interessieren, hat das von euch jemand gespielt? Jemand? Das ist dann wahrscheinlich eher schon die ältere Generation ein bisschen, ne? Weil an solche Games kommst du heute auch nicht mehr so easy ran. Ne? Und ja. Wie fandet ihr das Spiel, wenn ihr es damals gespielt habt? Oder vielleicht auch die jüngeren Leute. Wie findet ihr das Spiel, wenn ihr jetzt so davon hört, ein bisschen was seht? Ne? Es ist halt kein typisch klassisches Rennspiel wie Need for Speed oder so. Aber, ne? Es hat halt seinen eigenen Stil mit seiner Gangster-Story und allem drum und dran. Ne? So ein bisschen hier der Driver. So ein bisschen wie Transporter gefühlt. Hier die frühe Alpha-Version von Jason Statham war hier unser Tenner. Und ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal brennend interessieren, wie ihr das Spiel seht. Ob ihr sagen würdet, oh, ein Remaster wird vielleicht wirklich funktionieren. Ne? Oder eine komplette Neuauflage, dass man die alten Teile als Vorbild nimmt, ne? Ich könnte mir da schon was vorstellen, ne? Aber da braucht es natürlich wirklich einen guten Entwickler, der auch einen guten Rückhalt hat. Einen guten Publisher und viel Geld. Um da so ein bisschen was... Das würde ja, wenn dann ein bisschen Richtung GTA gehen. Und naja, gut, mit GTA kann man sich nicht so einfach anlegen mehr, ne? Die sind halt sehr weit vorne in dem Bereich. So an sich würde ich sagen, ist Driver, die gesamte Serie eigentlich einer der schmerzhaftesten Verluste überhaupt in dieser ganzen Autospielindustrie. Weil es einfach mega viel Potenzial hatte und auch mega viel Spaß gemacht hat. Und natürlich liegen oder hängen da extrem viele Kindheitserinnerungen dran. Aber auch leider ist das Ganze eher eine tote Marke mittlerweile. Gut, dann war es das aber auch schon wieder. Ich bin raus an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen und abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Video und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.